20 Jahre vergeben, Papi Slovedis kennt Partner nicht. Papi Slovedis, 46, Familienverhältnisse sind nicht einfach. Der gebürtige Senegalese hatte 2003 mit den Modellen in Mailand begonnen. Aktuell kämpft der 46-Jährige im Dschungelkamp um die Krone und stößt dabei an seine Grenzen. Er hatte bereits enthüllt, dass er seinen Beruf und seine Homosexualität vor seiner traditionellen Familie im Senegal weitestgehend geheim hält. Jetzt offenbarte er, dass er sich wünsche, dass seine Mutter seinen Partner treffen könnte. Im Gespräch mit Mitkämperin Jolina, 30, erklärte Papis, dass seine Mutter wohl über seine Sexualität Bescheid gewusst habe, klar. Meine Mutter wusste auch, seitdem ich ein Kind war, dass ich schwul bin. Sie akzeptiere ihn. So wie er ist. Trotzdem habe sie es ihren Sohn aufgrund der Traditionen nicht ausleben lassen können. Ich weiß, du hast dich für ein anderes Leben entschieden, habe sie gesagt. Außerdem offenbarte er seinen größten Wunsch, ich bin mit meinem Freund seit 20 Jahren zusammen. Es würde mir sehr viel bedeuten. Ich möchte, dass er endlich mal meine Mutter kennenlernt. Der Unternehmer hatte bereits vor einigen Tagen erzählt, dass er keine Schande für seine Mutter sein möchte. Auch sein Beruf sei schwierig. Das Modeln habe ich vor meiner Familie geheim gehalten. Meine Familie würde das nicht akzeptieren. Mein Stamm ist wirklich sehr konservativ. Das sind Jäger, die sind sehr männlich, war Papis Erklärung gewesen. Das war mein Stamm. Ich bin mit dem Mann. Ich bin mit dem Mann. Untertitelung des ZDF, 2020